Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen zur StarCraft 2 Turnier Info Session mit André, okay, oder General, wieder. Hallo. Und ja, wir sind jetzt soweit, dass wir den Turnierplan fertig haben. Den seht ihr hier auch schön. Ja, was gibt es noch zum Turnier zu sagen, was wir letztes Mal vergessen hatten? Eben Vetos für Karten dürft ihr setzen, wenn ihr spielt. Jeder hat drei Vetos. Und genau, auch noch, ich glaube, das hatte ich im letzten Video zwar in die Beschreibung geschrieben, aber ich sage es einfach nochmal. Die erste Karte ist, entweder beide Leute einigen sich drauf oder sie ist random. Die zweite Karte wählt dann halt der Verlierer vom ersten Spiel aus und die dritte Karte der Verlierer vom zweiten Spiel. Ähm, und, also, falls es überhaupt zu einem dritten Spiel kommt. Ähm, genau. Und hier seht ihr jetzt den Turnierplan. Ähm, ihr solltet am besten immer fünf Minuten vor Spielzeit erscheinen. Also, das wäre optimal, wenn ihr bis, äh, zehn Minuten nach Spielbeginn nicht da seid, dann, äh, und euer Gegner auch kein Rematch haben will, dann zählt das Spiel als verloren. Für euch und euer Gegner kommt weiter. Und, ähm, ja, genau. Was wir machen werden ist, wir werden diese Spiele eben anfangen um 15 Uhr mit casten und das letzte Spiel startet dann um, lass mich überlegen, 19.30 Uhr, glaube ich war es. Ja, 19.30 Uhr. Was schon mal. Ähm, und wir werden das Ganze immer zwei Streams parallel casten. Links dazu kriegt ihr noch. Ähm, also, werden wir dann hier von oben anfangen, also hier mit Tsukasa gegen Van der Wien und Killer Kai gegen Daniel gleichzeitig. Und, äh, werden uns dann halt Richtung Mitte arbeiten, sodass wir pro Stream halt, äh, vier Spiele an einem Tag machen. Das heißt, Tsukasa gegen Van der Wien findet um 15 Uhr statt. Stevie vs. Sevea findet um, äh, 16.30 Uhr dann statt. Porky, Spatenfreund, findet dann 19, äh, nee, nicht 19 Uhr, Schwachsinn, um 18 Uhr statt. Und Krialandi gegen Sworn Corner findet dann um halb acht statt. Und das Ganze gilt dann halt auch hier für die untere Reihe, also Kedakai gegen Daniel, Nightmare gegen Greenskin, Tazada gegen Zertunis und Cesar gegen Fasovar. Ähm, auf der rechten Seite haben wir das gleiche, bloß, dass, äh, die rechte Seite am Sonntag stattfindet. Also, die linke Seite fängt am Samstag an und endet auch am Samstag. Und, ähm, genau, da werden wir dann halt eben diese Spiele spielen. Und wie ihr seht, da unten fehlen uns noch zwei Leute. Falls es noch Leute schaffen sollten, sich, also zwei Leute schaffen sollten, sich bis, ähm, Freitag, naja, Samstag zu melden, dann kommt dieses Spiel auch da rein. Und ansonsten, denke ich, war es das für das, was wir sagen wollten, oder? Ja, endlich schon. Und, ja, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen... Alles gesagt. Ja, dann würde ich sagen, äh, bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich freue mich schon aufs Turnier, hoffe mich euch dort... Äh, hoffe mich, oh Gott, ich muss schlafen gehen, hoffe euch dort zu sehen. Halb neun, Diorico. Ja, ich weiß, es ist halb neun, trotzdem. Ich habe mir heute die Bauarbeiter um sieben geweckt. Ich habe heute schön bis zwölf gepennt. Ja, hätte ich auch gerne, aber du hast auch keine Bauarbeiter neben dir. Egal, wir schweifen ab. Ähm, genau das Ganze wird eben halt eben auf den zwei Streams kommentiert. Ich hoffe, ich sehe euch dann halt entweder auf dem Stream oder auf dem, äh, im Spiel. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö, tschö. Tschö. Tschö.